Wohnen im Weltraum, aber nicht in engen Aluminiumröhren, mit Vakuumtoiletten und gefriergetrockneten Essen. Nein, wir meinen Wohnen im Grünen, mit Picknick im Park, mit Städten und Wäldern. Das ist nicht nur möglich, sondern sogar absolut notwendig in unserer Zukunft. Warum? Das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Ronny – Willkommen bei Raumzeit. Wenn wir uns die Entwicklung der Menschheit anschauen, dann fallen uns zwei Dinge auf. Die Menschheit ist nicht in der Lage, verantwortungsvoll, nachhaltig mit den Ressourcen der Erde umzugehen. Die Menschheit wächst explosionsartig – und zwar seit Beginn der industriellen Revolution. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Die UNO erwartet, dass wir bereits im Jahre 2050 annähernd 10 Milliarden Menschen sein werden. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass wir entweder radikale, ethisch höchst bedenkliche Hebel umlegen müssten oder aber neuen Platz zum Leben schaffen. Und das hat die Menschheit jenseits der Erde noch nie getan. Sicher, ein paar künstliche Inseln, Hochhäuser. Aber echten neuen Lebensraum hat die Menschheit noch nie erschlossen. Raum ist das Stichwort. Denn davon gibt es im Weltraum eine ganze Menge. Unsere These ist, dass in einigen hundert Jahren mehr Menschen im All leben werden als hier auf der Erde. Terraforming ist dabei allerdings keine Antwort. Zumindest nicht in den Zeiträumen, in denen wir denken müssen. Terraforming ist eine unglaubliche technologische Herausforderung und verlangt nach fast schon geologischen Zeiträumen. Das ist anders mit Habitaten im Raum. Die kann man wesentlich einfacher errichten und sie erlauben auch fast erdgleiche Bedingungen. Eine mögliche Megastruktur und vermutlich die erste, die wir als Menschheit errichten werden, ist ein sogenannter O'Neill-Zylinder. Das Konzept dieser Habitate geht zurück auf den Physiker Gerard K. O'Neill. Dieser wollte ein Konzept vorlegen, welches lebenswerte, möglichst erdähnliche Bedingungen im All bietet. Und sein bekanntestes Ergebnis ist besagter O'Neill-Zylinder – eigentlich ein Paar von rotierenden Zylindern mit jeweils 8 Kilometern Durchmesser und 32 Kilometern Länge. O'Neill plante zwei Zylinder, weil eine gegenläufige Rotation die Ausrichtung der Station durch Ausnutzung gyroskopischer Effekte sehr einfach machen würde. Beide dieser Zylinder rotieren 28 Mal pro Stunde, was durch die auftretende Zentrifugalkraft eine Gravitationsbeschleunigung von 9,81 Metern pro Sekunde, also die Gravitation an der Oberfläche der Erde simulieren würde. Die Größe orientiert sich dabei sehr konservativ an der maximalen Zugkraft von Stahl und berechnet natürlich auch noch die Masse der Landschaft, der Gebäude etc. mit ein. Im originalen Entwurf wiesen die O'Neill-Zylinder drei Fenster auf, und zwar auf der Längsseite. Außerdem hatten sie bewegliche Spiegelpaneele, um so die Innenseite zu beleuchten und mit Energie zu versorgen. Allerdings entstand O'Neills Entwurf in einer Zeit vor massenproduzierten Solarpanels und effizienten LED-Leuchten. In der Realität ist die gesamte Fläche eines solchen Habitats nutzbar und im Falle eines O'Neill-Zylinders sind dies ca. 800 Quadratkilometer – das entspricht etwa einem Drittel der Größe Luxemburgs. Aus der Science Fiction sind zylindrische Habitate durchaus bekannt – wir hatten bereits auf die Raumstation aus Babylon 5 hingewiesen, die im Wesentlichen ein O'Neill-Zylinder ist. Ähnliches gilt für den Roman Rendezvous mit 31439 des britischen Autors Arthur C. Clarke. Auch die Zitadelle in Mass Effect ist eine größere Variante dieses Konzeptes. Werfen wir mal einen Blick darauf. Die Citadel aus Mass Effect ist mit mehr als 44 Kilometern Länge etwas größer als O'Neills' Entwurf, bleibt aber weiter im Rahmen des Möglichen, insbesondere wenn wir andere Materialien wie zum Beispiel Kevlar oder gar Graphen unterstellen. Sie besitzt drei Außenbezirke, welche jeweils eine erdähnliche Gravitation aufweisen. Auf dem zentralen Ring wird ein holographischer Himmel simuliert. Hier ist die Gravitation niedriger aufgrund des kleineren Radius des Ringes. Auf dieser Zitadelle, die ungefähr 7 Milliarden Tonnen wiegt, leben in der Welt von Mass Effect mehr als 13 Millionen Humanoiden. Wie aber bauen wir sowas in der Realität? Obwohl die Technologie und die Materialien für die Konstruktion bereits zu 100% verfügbar sind, ist ein Bau aktuell noch unmöglich. Dies liegt daran, dass 8 x 32 Kilometer Zylinder eine gewaltige Masse besitzen. Wir haben das mal überschlagen und kommen für einen regulären O'Neill Zylinder auf etwa 6 Milliarden Tonnen. Das wären 600 Millionen Raketenstarts, wenn jede Rakete 10 Tonnen Nutzlast transportieren würde. Ein Bau kann also nur erfolgen, wenn wir das Material nahezu vollständig extraterrestrisch beziehen, etwa vom Mond. Vorbedingungen für einen O'Neill Zylinder sind also weitgehend automatisierter Weltraumbergbau, eine große Mondkolonie mit sehr hohen Produktionskapazitäten und schließlich noch ein auf dem Mond errichtetes sehr kostengünstiges Launch-System, zum Beispiel ein Massetreiber. Massetreiber werden wir in einer späteren Folge genauer vorstellen. Das Leben in einem O'Neill Zylinder würde einige Besonderheiten aufweisen. Die künstliche Gravitation bedingt einen Coriolis-Effekt, welcher zwar kaum wahrnehmbar ist, aber eben wahrnehmbar. Ließe man dort etwas fallen, dann würde es scheinbar einige Zentimeter versetzt landen. Das schnelle Drehen des Kopfes könnte leicht desorientierend wirken. Eine andere Besonderheit ist natürlich visueller Natur. Es gäbe keinen Horizont, die Welt würde sich buchstäblich nach oben krümmen. Orte, die wir zu Fuß in zwei Stunden erreichen könnten, würden sich direkt über uns befinden. Ist die Sonne noch relativ leicht zu simulieren, gestaltet sich das beim Himmel schwierig. Lösungseinsätze gehen daher von einem zweiten, erheblich schmaleren Zylinder aus, welcher innerhalb des Habitats rotiert und beispielsweise blau ist. Wolken, Regen, Wind würde es übrigens geben. Die Zylinder sind groß genug für eigenständige kleine Wettersysteme. Werfen wir mal, wie schon in der Episode zu Dyson-Sphären, einen Blick auf Gordon Freeman, den Ingenieur des 22. Jahrhunderts. Gordon arbeitete auf der 42 Unlimited. Freemans Familie bewohnt mittlerweile den ersten O'Neill Zylinder der Menschheit. Als Gordon und seine Familie morgens aufwachen, scheint bereits die Sonne. Sie frühstücken im Garten, die Temperatur liegt immer bei ungefähr 24 Grad Celsius und es gibt selten Regen – ein ganz leichtes Nieseln. Der Garten der Freemans ist mit hohen Bäumen gesäumt. Das hilft, den desorientierenden Effekt im Inneren des Zylinders abzumildern. Der Blick nach oben war für die Freemans zunächst merkwürdig. Dort befindet sich der 6 Kilometer breite Innenzylinder, in Himmelsblau. Statt der Sonne befindet sich eine LED-Installation im Innenzylinder, welche optisch aber quasi nicht von der echten Sonne zu unterscheiden ist. Freeman muss heute einem anderen Habitat einige Tausend Kilometer entfernt einen Besuch abstatten. Zunächst muss er dafür 17 Kilometer bis zum Ende des Habitats zurücklegen – in einem Elektroauto auf der zentralen Straße. Ein Fahrstuhl bringt ihn und einige Kollegen zur Mitte des Zylinders – hier herrscht Schwerelosigkeit, was Transits zwischen Raumstationen und Habitaten extrem einfach gestaltet. Die Raumfahrzeuge müssen weder eine Atmosphäre noch die Gravitation überwinden. Gordons Raumgleiter wird einfach ausgeklingt und mit kleinen Schubdüsen auf seinen Kurs gebracht. Währenddessen erfreut sich Gordons Tochter Kira, die heute schulfrei hat, an einem Ausflug in den inneren Zylinder. Dort, bei nahezu Schwerelosigkeit, gibt es nicht nur industrielle Fertigungsanlagen, sondern auch ein großes Entertainment-Center und Attraktionen wie Zero-G-Laser-Tag oder den Völlig-Losgelöst-Club. Solche O'Neill-Zylinder wie der von Gordon Freeman könnten prinzipiell auch andere Zwecke haben. Es wurde zum Beispiel vorgeschlagen, in ihnen Habitate für gefährdete Arten anzulegen. Und das ist für die meisten Spezies auch tatsächlich möglich. Und wo wir gerade bei Möglichkeiten sind. Gerard O'Neill hatte eine bestimmte Technologie vor Augen, als er sein Konzept entwarf. Mittlerweile gibt es aber nicht nur bessere Möglichkeiten der Energiegewinnung und der Beleuchtung, sondern auch ganz neue Konstruktionsmaterialien. Daher hat die NASA bereits im Jahr 2000 das Konzept erweitert und mit dem McHandry-Zylinder eine Alternative auf Basis von Kohlenstoff-Nanoröhren vorgestellt, welche in etwa so viel Lebensraum bietet wie Russland. Eine wahre Megastruktur. Diese und andere Megahabitate, wie etwa Bishopringer, werden wir in einer zukünftigen Folge von Raumzeit genauer betrachten. Ein Aufzug, der uns bis ins All bringt. wäre ein gigantischer Schritt hin zu einer echten, raumfahrenden Spezies. Gleichzeitig klingt die Vorstellung, einen Fahrstuhl in den Kosmos zu bauen, ziemlich absurd. Wenn man aber genauer hinschaut, dann klingt sie absolut wahnsinnig. Warum dennoch viele Wissenschaftler, Firmen und Staaten genau so etwas noch in diesem Jahrhundert bauen wollen, ob die er funktioniert und welche absurden Anforderungen an die Konstruktion gestellt werden und ob das wirklich realistisch ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Ronny – Willkommen bei Raumzeit! Die Grundidee ist simpel. Wenn ich exakt am Äquator einen Turm errichten könnte, der mindestens 36.000 km hoch ist, dann könnte ich hinaufsteigen, einen Schritt ins Freie machen und ich würde nicht mehr auf die Erde zurückfallen. Das hat mit der Orbitalgeschwindigkeit zu tun. Um in einem stabilen Orbit zu verbleiben, benötige ich – je nach Höhe über der Erdoberfläche – eine exakte Geschwindigkeit. Die ISS zum Beispiel befindet sich lediglich ca. 405 km von der Erde entfernt. Sie benötigt knapp 93 Minuten für einen Umlauf um die Erde und hat so eine Orbitalgeschwindigkeit von 7,66 km pro Sekunde. In größerer Höhe sinkt die Geschwindigkeit. Hubble ist 135 km weiter entfernt als die ISS. Seine Orbitalgeschwindigkeit ist kleiner mit 7,59 km pro Sekunde. In einer Entfernung von 385.000 km schließlich finden wir den Mond, welcher einen ganzen Monat für einen Orbit braucht und sich nur noch mit 1 km pro Sekunde bewegt. Auf Höhe eines geostationären Orbits in präzise 35.786 km höher entspricht die Orbitalgeschwindigkeit 3,07 km pro Sekunde und ein Orbit dauert exakt einen Tag. Objekte im GSE verbleiben damit – relativ zur Erdoberfläche – exakt am gleichen Punkt, wenn sie über dem Äquator positioniert sind. Sie sind dann geostationär. Bereits 1895 erdachte der russische Wissenschaftler Konstantin Tsiolkovsky, inspiriert vom Eiffelturm in Paris, eine turmartige Konstruktion von 36.000 km Höhe – hoch genug, dass die Spitze auf einem geostationären Orbit läge. Tatsächlich ist aber eine derartige Konstruktion statisch und mit unseren Materialien keinesfalls umsetzbar. Moderne Konzepte gehen daher von einem Halteseil aus, welches vom geostationären Orbit bis hinunter auf die Erdoberfläche reicht. Damit dieses gespannt bleibt und zusätzlich auch noch Lasten tragen kann, muss es auf der Erde verankert werden. Zum anderen benötigen wir ein Gegengewicht jenseits des geostationären Orbits, welches durch Ausnutzung der Zentrifugalkraft Spannung in die entgegengesetzte Richtung erzeugt. Ein Lastenfahrzeug würde dann am gespannten Seil auf- und abklettern können. Das würde es dramatisch günstiger gestalten, Ladungen ins All zu bringen. Die heutigen Kosten von mehreren Tausend Dollar pro Kilogramm kommen nämlich vor allem dadurch zustande, dass eine Rakete ihren gesamten Treibstoff mitbeschleunigen muss. Zum anderen ist dieser Treibstoff vor allem für eine seitliche Beschleunigung notwendig, denn hier müssen mehrere Kilometer pro Sekunde erreicht werden. Beide Komponenten fallen bei einem Weltraumaufzug weg, ich führe vermutlich meinen Treibstoff nicht mit und ich muss keine Orbitalgeschwindigkeit aufbauen. Die Energie für die seitliche Beschleunigung wird nämlich direkt aus der Rotationsenergie der Erde entnommen. Das Konzept von Weltraumaufzügen wirkt seit der Entdeckung von Materialien wie Kohlenstoffnanoröhren, Graphen und Diamant-Nanofäden nicht mehr gänzlich unrealistisch und gleichzeitig verlockend. Die Kosten pro Kilogramm ließen sich mit einem Weltraumlift auf 200 bis 50 Dollar pro Kilogramm reduzieren. Es verwundert daher nicht, dass Machbarkeitsstudien und Tests auf Hochtouren laufen. Die NASA beispielsweise befindet sich in einer intensiven Konzeptphase. Japan, vertreten durch die Firma Obayashi, hat angekündigt, 2050 einen funktionalen Weltraumaufzug zu errichten. Und China? Weil China hat dies bereits für das Jahr 2045 vorgesehen. Seit dem Jahr 2018 befindet sich ein Prototyp eines Weltraumlifts – eine Miniaturversion quasi – für Feldtests auf der ISS. Was also auf den ersten und zweiten Blick wie eine absurde Sci-Fi Vorstellung klingt, ist für diverse Staaten und Organisationen überaus real. Aber schauen wir uns mal die technischen Hürden für die einzelnen Komponenten an. Und das sind einige. Zunächst haben wir die Bodenstation. Diese muss eine Mindestmasse besitzen, um den diversen Kräften standzuhalten, die auf das Halteseil wirken. Etwa Wind, die Corioliskraft, welche Lastenfahrzeuge erfahren, die Spannung, die durch das Gegengewicht erzeugt wird. Dennoch geht man in aktuellen Ansätzen nicht von einer fest verankerten Konstruktion, sondern von einer mobilen Plattform im Ozean aus. Diese ist zwar grundsätzlich schwieriger zu erreichen, bietet aber mit ihrer Mobilität Vorteile. Mit ihr kann man z.B. auf Gefahren wie bestimmte Stürme oder größere Objekte im Orbit reagieren. Sie ist grundsätzlich geschützter gegen potentielle terroristische Angriffe und liegt nicht zuletzt in internationalen Hochseegewässern, was aufwändige Verhandlungen über die Position der Basisstation massiv erleichtern wird. Auf der anderen Seite, jenseits des geostationären Orbits, benötigen wir ein Gegengewicht. Da dies über eine hohe Masse verfügen muss, wird meist ein eingefangener Asteroid vorgeschlagen. Andere Lösungen gehen von einer Verlängerung des Kabels aus. Jenseits des geostationären Orbits beginnt das Kabel in die andere Richtung zu ziehen. Erreicht mein Kabel eine Gesamtlänge von etwa 100.000 Kilometern, ist kein separates Gegengewicht mehr nötig. Eine besonders elegante Lösung freilich wäre es, eine riesige Raumstation jenseits des GSO zu errichten – welche gleichzeitig als Raumhafen der Erde fungieren könnte. Die Transportkapsel kann man sich schließlich am ehesten wie einen Zug vorstellen. Eine Antriebssektion klettert aktiv am Seil hoch, getrieben von einem Elektromotor und mit Rollen ausgestattet, welche für den Halt am Seil sorgen. Das größte Problem besteht in der Stromversorgung der Antriebssektion. Lösungsvorschläge sehen hier in einem gewissen Abstand mitgeführte nukleare Reaktoren vor. Eleganter wäre freilich eine Versorgung mit Strom direkt aus dem All. Große Sonnenkollektorflächen erzeugen dort Strom, welcher dann per Laser oder Macer zur Transportkapsel weitergeleitet wird. Eine direkte Stromversorgung über das Kabel scheint unwahrscheinlich, dafür sind schlicht die Distanzen zu groß. Am schwierigsten aber ist natürlich die Realisierung des Kabels selbst. Bis in die 90er Jahre hinein gab es schlicht kein Material, welches auch nur annähernd die nötige Reißfestigkeit aufwies. Veredelter Stahl reist nach weniger als 30 Kilometern Länge, Spinnenseide nach etwa 100 Kilometern, Kevlar nach ca. 250. Erst die Entdeckung von neuen, ultraleichten und extrem festen Materialien wie Kohlenstoff-Nanoröhren und Diamant-Nanofäden oder Graphen belebten die Idee eines Weltraumaufzugs neu. Ein Flachkabel aus Kohlenstoff-Nanoröhren oder Graphen hätte eine Reißfestigkeit von etwa 5000 Kilometern Länge, das ist zwar immer noch erheblich kürzer als die geforderten 36.000 Kilometer, allerdings nimmt die Gravitationskraft mit der Höhe ab, was die Anforderungen nach das Kabel erheblich senkt. Auf der Höhe der ISS etwa liegt diese nur noch bei 90%, in 5000 Kilometer Höhe nur noch bei 30%, auf geostationärer Höhe schließlich nur noch bei 2%, effektiv aber natürlich bei 0, da wir die nötige Orbitalgeschwindigkeit von 3,07 Kilometern pro Sekunde erreicht haben. Außerdem können wir durch eine Verjüngung des Kabels nach unten hin die Reißfestigkeit erheblich steigern. Dieses Prinzip kennen wir von den irdischen Bauten wie z.B. Pyramiden – das ist ebenso umgekehrt möglich, ein Wimpel ist reißfester als ein vergleichbar großes Fähnchen. Berechnungen nach könnte daher ein Kabel aus den oben genannten Materialien für einen Weltraumaufzug geeignet sein. Dieses Kabel muss zusätzlich so konzipiert sein, dass es nicht bzw. wenig anfällig ist gegenüber dem atomaren Sauerstoff der oberen Atmosphäre, der erheblich reaktiver ist als der molekulare Sauerstoff der Troposphäre. Das Kabel muss resistent gegenüber kosmischer Strahlung sein, beschützt vor Mikrometeoriden und wahrscheinlich das größte Problem vor Weltraumschrott. Die größte Hürde ist für uns aktuell natürlich die Herstellung eines quasi fehlerfreien Kabels in angemessener Länge. Die bisher längsten hergestellten Kabel aus Kohlenstoff-Nanoröhren etwa erreichen 30cm, da fehlen uns nur noch 36.000km. Letztlich ist es wie immer auch eine Kostenfrage. Die aktuellen Preise für Graphen, welches vor einigen Jahren noch dreistellige Beträge kostete, liegen bei etwa 10 Cent pro Gramm. Ein 40.000km Kabel mit einer Masse von 100kg pro Kilometer würde so fast eine halbe Milliarde kosten – vermutlich aber erheblich mehr, wenn es im Weltraum selbst und vor allem als ein Kabel produziert wird. Die Kosten für die notwendigen Vorbereitungen, die Raketenstarts, das Einfangen des Asteroiden – all das würde sich vermutlich schnell auf hunderte Milliarden Dollar belaufen. Wir blicken also auf ein Projekt, welches zwar unglaubliche Möglichkeiten für die Raumfahrt bieten würde, aber technisch noch nicht vollständig umsetzbar ist und welches dereinst horrende Kosten verursachen wird. Und dennoch ist da dieser 10 Meter lange Prototyp auf der ISS – der Space Tethered Autonomous Robotics Satellite Mini Elevator, kurz STARS-Me, welcher von Physikern der japanischen Shizuoka Universität entwickelt wurde und gerade jetzt die Bedingungen für einen Weltraumfahrstuhl im Orbit testet. Wissenschaftler sind sich relativ einig, dass ein Weltraumfahrstuhl konstruierbar ist und vermutlich noch in diesem Jahrhundert erbaut werden wird – wir sind gespannt. Die Bedingungen auf Mond und Mars sind übrigens so, dass wir bereits jetzt technisch in der Lage höher wären, dort Raumaufzüge zu installieren – mit Kabeln aus Kevlar oder Cylon. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, lasst es uns einfach wissen. Die Bedingungen des Gästenverhamer Ich glaube, das ist Schluss. Und jetzt schauen wir die Sendungen einigermści Die International Space Station fällt nicht auf die Erde, weil sie sich mit einer hohen Geschwindigkeit von über 7,6 km pro Sekunde bewegt. Könnten wir weitere ISS im gleichen Orbit platzieren? Natürlich. Was aber, wenn wir so viele Stationen in diesem Orbit platzieren, dass sie sich berühren würden? Dann hätten wir keine einzelnen Satelliten mehr, sondern einen Ring. Einen Ring, der ebenso wie die ISS scheinbar schwerelos regelt. Solche Ringstrukturen um unseren Planeten sind vorstellbar – und vielleicht ein essentielles Element des Astro-Engineering der Zukunft. Viele behaupten, mit ihnen könne man sogar wie Jupiter terraformen. Werfen wir einen Blick auf orbitale Ringe. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Das Konzept der orbitalen Ringe ist keineswegs neu. Bereits in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts hatte Nikola Tesla eine interessante Idee, von der er in seiner Autobiografie berichtete. Eines meiner Projekte war es, einen Ring um den Äquator zu konstruieren, welcher natürlich frei schweben würde und welcher seine Rotationsbewegung durch Reaktionskräfte aufrechterhalten würde. Dieser würde eine Reisegeschwindigkeit von etwa 1000 Meilen pro Stunde ermöglichen – unerreichbar mit der Eisenbahn. Der Leser wird hier lächeln – ich gebe zu, der Plan war schwierig umzusetzen. Tesla fügte keine detaillierten Berechnungen bei. Im Wesentlichen aber beschrieb er das, was im Astro-Engineering heute als Orbital Ring bekannt ist. Derartige Konstruktionen bestehen aus einem gigantischen künstlichen Ring, welcher um die Erde errichtet wird und schneller rotiert als die Rotationsgeschwindigkeit unseres Planeten. Die Geschwindigkeit muss dabei der ersten kosmischen Geschwindigkeit von 7,9 Kilometer pro Sekunde entsprechen, um eine durch die Erdgravitation ungestörte Kreisbahn zu ermöglichen. Auf den ersten Blick mag es merkwürdig erscheinen, dass so ein Ring stabil bleiben könnte. Aber wenn man genauer nachdenkt, ist es gar nicht so kompliziert – da der Ring rotiert, erzeugt seine Trägheit eine Kraft nach außen – wir kennen diese Kraft umgangssprachlich als Zentrifugalkraft. Zwar unterliegt der Ring an jeder Stelle der Gravitation der Erde, beschleunigt also auf diese zu, gleichzeitig aber erzeugt die Rotation mit 7,9 Kilometer pro Sekunde eine identische Beschleunigung nach außen – die Kräfte heben sich auf und der Ring ist quasi schwerelos. Ohne diese Rotation würde sich das Material unter dem Einfluss der Gravitation verformen und die Ringstruktur kollabieren – selbst bei unseren stärksten Materialien wie Kohlenstoff-Nanoröhren und Graphen. Das Konzept der modernen Orbitalringe wurde von Paul Birch in einer Serie von drei Artikeln 1982 im Journal of the British Interplanetary Society vorgestellt, in welchem er auch die mathematischen Prämissen darlegte. In seiner einfachsten Form würde man einen orbitalen Ring – etwa ein Stahlkabel oder eine aufblasbare Struktur – über dem Äquator positionieren. Ist dieser Ring einmal errichtet, lassen sich auf ihm Strukturen platzieren, welche von Elektromagneten gehalten werden und so Geschwindigkeiten unabhängig vom Ring selbst einnehmen können. So ist es zum Beispiel möglich, eine Art Raumstation zu erschaffen, welche sich relativ zum Ring so bewegt, dass sie über einen bestimmten Punkt der Erde stationär verharren würde. Und richtig, auf einer derartigen geostationären Raumstation hätte ich auch eine Gravitation in 600 Kilometer Höhe eine, die immer noch über 90% so stark ist wie die Gravitation an der Erdoberfläche. Und wenn man dies weiterdenkt, dann gelangt man schnell zum Konzept des Weltraumfahrstuhls, über den wir in einer anderen Folge sprachen. Allerdings mit einer deutlich praktikaberen Kabellänge von lediglich 500 bis 700 Kilometer im Vergleich zu den sonst nötigen Längen von mehr als 40.000 Kilometern. Diese Fahrstühle verbinden die geostationären Stationen auf dem Ring mit Bodenstationen auf der Erdoberfläche. Und um das an dieser Stelle einmal ganz deutlich zu machen, bei Orbitalringen handelt es sich keineswegs um Science Fiction, sondern vielmehr um Engineering Fiction. Wissenschaftlich ist das Konzept absolut realistisch – nicht mal besonders aufwendig. Die Konstruktion hingegen wirft die Probleme auf. Birch errechnete 1982 Kosten von 31 Milliarden Dollar für ein minimalistisches System, das 180.000 Tonnen Stahl verbaut und welches sich später im Orbit erweitern ließe. 31 Milliarden Dollar 1982 – entsprechend inflationsbereinigt etwa 60 Milliarden Dollar heute. Ein Mammutprojekt, welches aber in Birchs Rechnung erheblich weniger kosten würde als die ISS, die bislang schon mit über 100 Milliarden Dollar zu Buche schlug. Auch Birch war klar, dass das Projekt erheblich günstiger würde, wenn man über weltraumbasierte Rohstoffgewinnung verfügt. Sowohl eine Rohstoffgewinnung auf dem Mond als auch eine auf Asteroiden wäre erheblich günstiger als der Transport aller Materialien von der Erdoberfläche. Worin aber besteht der Nutzen eines solchen Orbitalringes? Zunächst mal im simplen Transport von der Erde in einen erdnahen Orbit – die Kosten könnten auf etwa 5 Cent pro Kilogramm verglichen mit den heutigen Tausenden von Euro pro Kilogramm verringert werden. Ein Besuch im Restaurant einer Raumstation im erdnahen Orbit wäre damit selbst für Durchschnittsverdiener erschwinglich. Zwei Personen, die würden kaum mehr zahlen müssen als für eine Zugfahrkarte zur nächsten Stadt. Und bei einer Geschwindigkeit von 200 Kilometer pro Stunde würde der Transfer von der Erde zur Raumstation nicht länger als 2,5 Stunden dauern. Der potenzielle Nutzen geht aber auch weit darüber hinaus. Magnetbasierte Züge, die auf dem Ring fahren, könnten Lasten mit extremen Geschwindigkeiten an andere Stationen befördern, wo sie wieder per Fahrstuhl auf die Erde verbracht werden könnten. Dies kommt einer Revolution des globalen Transportwesens gleich – denn der Transport ist wesentlich schneller, kostengünstiger und umweltfreundlicher als jede irdische Alternative. Mehr noch – Birch erläuterte auch Ringsysteme, die nicht an den Äquator gebunden sind. Diese könnten sich an den Erdpolen kreuzen und so beliebige Transportwege auf unserem Planeten eröffnen. Statt also in einen Flieger von Berlin nach Shanghai zu steigen, würde ich einen Fahrstuhl in Berlin nehmen, anschließend per Magnetbahn weiterreisen nach Shanghai und dort mit einem anderen Weltraumfahrstuhl auf die Erdoberfläche zurückkehren. Das ist sehr wahrscheinlich schneller und in jedem Fall günstiger und nachhaltiger als mit dem Flugzeug. Und ganz am Rande bemerkt ist es noch völlig offen, ob nicht vielleicht der erste Orbitalring schneller einsatzbereit ist als der Berliner Flughafen. Die Anwendungsmöglichkeiten enden hier nicht. Wir hatten bereits bei unseren Episoden zum Terraforming der Venus davon gesprochen, dass wir große Mengen an Rohstoffen, etwa Wasserstoff, benötigen – wir erwähnten dort auch die Option der Konstruktion eines orbitalen Ringes um Gasriesen wie Jupiter, um so den Abbau und Transport von Wasserstoff in ganz großem Stil zu ermöglichen. Und haben wir erst einen Orbitalring um den Jupiter, dann können wir die Sache sogar noch weiterdenken. Dadurch, dass sich ein ganzes Netzwerk an orbitalen Ringen um einen Himmelskörper anlegen könnte, eröffnen wir die Option eines Terraformings. Es wäre also denkbar, den Gasriesen Jupiter in ein ganzes Netz aus Orbitalringen zu hüllen und diese dann als Basis für die Konstruktion einer äußeren, bewohnbaren Hülle zu nutzen. Diese gegenüber dem Planeten statische, supermondäne Hülle könnte genau in der Höhe konstruiert werden, dass ihre Oberflächen-Gravitation exakt derjenigen der Erde entspräche. Es gibt noch viele weitere Applikationen von Orbitalringen, etwa die Möglichkeit Erde und Mond so zu verbinden, dass sich quasi auf der Erdoberfläche einen Zug besteigen und diesen einige Zeit später auf der Mondoberfläche verlassen könnte. Wer sich für einen etwas intensiveren Blick auf das Konzept interessiert, dem sei Ice Agathes gelungene Episode zu Orbitalringen empfohlen – den Link gibt's gleich hier oben rechts. Hallo Raumzeit, Ronny hier. Dyson Sphären, die haben wir schon mehrfach in Raumzeit erwähnt. Dyson Sphären? Das sind sogenannte Megastrukturen, die einen Stern einhüllen, um einen großen Anteil oder gar die Gesamtheit seiner Energie nutzbar zu machen. Wie aber errichtet man solche Megastrukturen, die sogar die Besatzung der Enterprise in ehrfürchtiges Staunen versetzen? Wir finden heute heraus, was eine Dyson Sphäre ist, welche Varianten diskutiert werden und wie wir sie bauen können – willkommen bei Raumzeit. Eine Dyson Sphäre ist eine gewaltige Megastruktur, die einen Stern umgibt. Sie wurde erstmalig in einem Science Fiction Roman im Jahr 1937 beschrieben. Jedes Sonnensystem war umgeben von einem Gewebe aus Lichtfallen, welche die entweichende Sonnenenergie einfing, um sie dann intelligent zu nutzen. Im wissenschaftlichen Bereich wurde sie bekannt durch einen Aufsatz des Physikers Freeman Dyson, der 1960 argumentierte, dass solche Strukturen zum einen eine logische Konsequenz des steigenden Energiebedarfs seien. Zum anderen wies er darauf hin, dass wir über Dyson Sphären fortschrittliche außerirdische Zivilisationen erkennen könnten. Eine Zivilisation, die Dyson Sphären errichtet, wäre in der Tat sehr weit fortgeschritten. Die ihnen verfügbare Energiemenge würde diejenige der Menschheit um viele, viele Größenordnungen überschreiten. Der russische Wissenschaftler Kardashev hat eine Skala entwickelt, um den Entwicklungsstand einer Zivilisation einzuordnen. In seiner Skala werden Zivilisationen in drei Stufen eingeteilt, die sich an der für diese Kultur verfügbaren Energie orientieren. Eine Kardashev I-Zivilisation nutzt die gesamte verfügbare Energie ihres Planeten aus. Ein Ziel, das die Menschheit noch nicht erreicht hat. Wir liegen hier bei etwa 70 Prozent, sind also auf der Kardashev-Skala eine 0,7-Zivilisation. Eine Kardashev II-Zivilisation nutzt den gesamten Energieausstoß ihres Sterns. Die Sonne erzeugt übrigens Energie im J-Watt-Bereich. Wir haben dazu ein Video gemacht. Eine Kardashev III-Zivilisation schließlich nutzt die gesamten Energiereserven ihrer Heimatgalaxie, die Kraft von Milliarden von Sonnen. Eine Zivilisation, die eine Dyson-Sphäre errichtet hat, wäre damit eine Stufe II-Zivilisation auf der Kardashev-Skala. Ihr Heimatstern würde visuell quasi erlöschen. Das Licht wird durch die Dyson-Sphäre blockiert, aber er würde natürlich im Infrarotspektrum besonders sichtbar werden, da die Dyson-Sphäre ihre Energie in Form von Abwärme wieder abgeben muss. In Teleskopaufnahmen im Infrarotbereich könnten wir Dyson-Sphären also sehr deutlich erkennen. Nach solchen Infrarotquellen, so Freeman Dyson, müssten wir suchen, um hochentwickelte außerirdische Zivilisationen zu finden. Am Rande sei hier bemerkt, dass wir bisher noch nicht fündig geworden sind. Auch die 2015 entdeckten Lichtschwankungen in Tabby's Star – wir berichteten dazu – scheinen nicht von einer Dyson-Sphäre zu stammen. Aber zurück zum Thema. Dyson-Sphären, also Dyson-Kugeln, ist ein irreführendes Wort. Es ist allerdings das Gebräuchliche und wird so auch meist im Science-Fiction-Bereich benutzt. Auch die Megastruktur, auf die die Enterprise von Captain Picard stößt, ist eine starre Kugel. Eine echte Dyson-Sphäre um einen Stern mit einem Radius von vielleicht 100 Millionen Kilometern oder mehr kann mit den uns bekannten Materialien schlicht nicht errichtet werden. Eine solche Kugel müsste eine Rotationsgeschwindigkeit von mehr als 20 Kilometern pro Sekunde haben, um der Gravitation des Sternes standzuhalten. Kein Material aber käme mit der dann auftretenden Zentrivogalkraft zurecht. Die Sphäre würde schlicht aber spektakulär auseinanderreißen. Freeman Dyson selbst aber sprach nie von einer Kugel. Er sprach in seinem ursprünglichen Aufsatz von einer Shell, einer Hülle. Und dies meinte er nicht wörtlich, wie er später immer wieder betonte. Er sagte in einer Antwort auf einen Kommentar zu seinem Aufsatz, eine solche Hülle oder einen Ring, der einen Stern umgibt, ist mechanisch unmöglich. Die Form einer Biosphäre, welche ich mir vorstellte, besteht aus einer losen Ansammlung oder einem Schwarm von Objekten, die sich in unabhängigen Orbits um den Stern bewegen. Was Freeman Dyson hier beschreibt, ist die in der Forschung bekannteste und populärste Variante. Ein Dyson-Schwarm. Dabei hüllt man den Stern nach und nach mit Satelliten ein. Und diese Satelliten können unterschiedliche Aufgaben ausführen. Die überwiegende Mehrheit würde Sonnenkollektoren darstellen. Aber auch Habitate, Industrieanlagen oder Raumhäfen sind vorstellbar. Solche Strukturen sind technologisch natürlich eine Herausforderung. Aber sie ist tatsächlich zu bewältigen. Zunächst mal wird die Aufrechterhaltung stabiler Orbits für die Schwarmobjekte eine immer komplexere Aufgabe, wenn schließlich Billionen von Satelliten eine Stern umkreisen. Bereits ein Ring von Satelliten mit 100 Meter Abstand untereinander und einer astronomischen Einheit Abstand von der Sonne würde aus ungefähr 9 Milliarden Objekten bestehen. Das ist ziemlich cool. Aber wie bauen wir sowas? Und das ist im Grunde genommen keine sehr komplexe, wohl aber eine titanische Aufgabe. Sie ist eher vergleichbar mit dem Bau der Pyramiden oder der chinesischen Mauer als der Entwicklung einer CPU. Wichtige, aber nicht per se notwendige Voraussetzungen sind die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz, selbst replizierenden Robotern, sehr günstigen Launchsystemen und kabellose Energieübertragung. Es ist vorstellbar, dass selbst replizierende Roboter Asteroiden den gesamten Asteroidengürtel oder auch den Planeten Merkur abbauen und so weitere Roboter, Solarkollektoren etc. erschaffen. Je mehr dieser Fotokollektoren im Orbit sind, desto mehr Energie steht schließlich für weitere Bautätigkeiten zur Verfügung. Der Prozess würde also mit exponentieller Geschwindigkeit ablaufen und bräuchte nur ein moderates Maß an menschlicher Kontrolle und Personal. Ein Dyson-Ingenieur des 22. Jahrhunderts, nennen wir ihn mal Gordon Freeman, hätte einen recht entspannten Tagesablauf. Er würde auf einer rotierenden Raumstation namens 42 Unlimited im entstehenden Dyson-Schwarm erwachen, sich einen heißen Kaffee zubereiten und an seine Workstation gehen. Dort überwacht er die Stabilität der Umlaufbahnen, er weist Wartungsaufgaben und neue Produktionsaufträge zu. Um 11.13 Uhr, Airzeit, geben die Swift-Satelliten eine Sonnensturmwarnung. Gordon begibt sich daraufhin in den Delta-Quadranten der Station, der die Bewohner vor der gefährlichen Eruption schützt. Später kontrolliert Gordon die Funktion der Satelliten und weist einige Reparaturen an. Wenig später beendet Gordon Freeman seine Schicht und wendet sich den reichhaltigen Freizeitaktivitäten der 42 Unlimited zu, bevor er seine Tochter Kira von der Schule abholen muss. Ingenieure und Ingenieurinnen wie Gordon Freeman arbeiten und leben mittlerweile auf hunderten ähnlicher Raumstationen, verteilt auf einen Ring von fast einer Milliarde Kilometern. Spannend ist, dass im Grunde all diese Technologien bereits verfügbar sind. Wir sind in der Lage, Material in den Orbit um die Sonne zu bringen. Wir verfügen über Satelliten mit photovoltaischen Kollektoren. Unsere Computer sind leistungsstark und die Entwicklung von KI und 3D-Druckern macht rasante Fortschritte. Kabelloser Energietransfer ist bereits über mehrere Kilometer auf Basis von Lasern bzw. Mikrowellenlasern – sogenannten Masern – möglich. Die Kosten, Material in den Orbit zu bringen, werden stets reduziert. Erst in diesem Februar senkte SpaceX mit dem erfolgreichen Testflug der Falcon Heavy die Kosten pro Kilogramm auf unter 1600 Dollar. Ein ungeheurer Meilenstein, wenn man bedenkt, dass die Ariane 5 erst nur auf 20.000 Dollar pro Kilogramm schafft. Kritiker sagen jetzt, aber die Kosten. Aber die Kosten sind absolut zu bewältigen, wenn die Menschheit sich zu einem derartigen Projekt entschließt. Die aktuellen Verteidigungsbudgets nur der ersten 10 Staaten ergeben eine Summe von mehr als einer Billion Euro pro Jahr. Für eine Billion Euro lassen sich 10.000 Falcon Heavy starten, die insgesamt mehr als 200.000 Tonnen Nutzlast in einen Sonnenorbit bringen können. Und ja, jedes Jahr. Überwindet die Menschheit ihr Misstrauen und ihre Feindseligkeit, dann könnten wir tatsächlich noch in diesem Jahrhundert mit dem Bau eines Dyson Swarms beginnen. Um einmal an unseren ersten Ring zu erinnern, in dem Gordon Freeman im nächsten Jahrhundert leben wird. 9 Milliarden Kollektorsatelliten mit je 1 Megawatt Leistung hätten in seinem solchen Ring bequem Platz. Diese würden uns damit 9000 Terawatt Leistung zur Verfügung stellen. 9000 Terawatt – wie viel ist das eigentlich? Vielleicht hilft diese Information. Die gesamte Stromerzeugung der Menschheit auf Basis von Atomkraft, fossilen Brennstoffen, erneuerbaren Energien und Hamstern in Laufrädern betrug im Jahre 2015 ca. 6 Terawatt. Ein kompletter Dyson Swarm, der die Energie der Sonne zu 100% nutzt, auch wenn eine 100%-Effizienz etwas hypothetisch ist, würde fast 4 Billiarden Terawatt erzeugen. Und hier das Ganze mal als Zahl, verglichen mit aktuell 6 Terawatt. Es gibt übrigens noch andere Entwürfe für Dyson Strukturen. Zum Beispiel eine Variante, die auf Statiten basiert. Hier nutzen wir gewaltige Sonnensäge. Diese nutzen den Lichtdruck der Sonne aus, um exakt auf einer Position zu verharren. Gravitation und Lichtdruck befinden sich immer im Gleichgewicht. Das Problem der Orbits zumindest wäre damit zu bewältigen. Wir haben allerdings aktuell noch keine Technologie, Lichtsägel herzustellen, die dünn genug sind. Wir geben euch einige Links mit weiterführenden Texten in der Videobeschreibung. Und unsere Frage an euch ist dann, wofür würdet ihr die unfassbaren Energiemengen eines Dyson Swarms nutzen? Schreibt es uns in den Kommentaren. Wir freuen uns auf eure bestimmt ganz spannenden Ideen. Stellen wir uns folgendes Szenario vor. In 300 Jahren geht man die Daten der neuesten Teleskope der Menschheit durch. Einige Forschungsteams machen eine beängstigende Entdeckung. Ein bis dato unbekannter Stern, herausgeschleudert aus dem Kern der Galaxie, wird allen Prognosen nach in 5 Millionen Jahren mit der Sonne kollidieren. Dieser Zeitpunkt liegt zwar jenseits der nächsten Legislaturperiode, aber dennoch gibt es genügend Druck auf die Politik zu handeln. Interstellare Antriebe sind immer noch nicht ausgereift. Es wäre ohnehin undenkbar, die gesamte Erdbevölkerung zu evakuieren. Also greift man zu einem simplen alternativen Plan. Man bewegt das Sonnensystem aus der Flugbahn des Sterns. Ihr wollt wissen, wie das geht? Dann bleibt dran! Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit! Bevor es losgeht, bitte abonniert Raumzeit für detaillierte Videos zur Astronomie und Zukunft, das ist eine Win-Win-Situation. Ehrlich, und schon geht's los. Das Konzept eines Sternentriebwerks ist in der Physik durchaus nicht unbekannt. Bereits in den 80er Jahren wurde es erstmals vorgestellt und es erscheinen regelmäßig Aufsätze dazu. Mittlerweile klassifiziert man Stellar Engines je nach zugrunde liegendem Prinzip in vier verschiedene Klassen A bis D. Das vielleicht simpelste Konzept wurde 1986 vom russischen Astrophysiker Leonid Shkadov vorgestellt, dem freundlichen Herrn mit den Goldzähnen hier. Der nach ihm benannte Shkadov Thruster wird heute als passiver Sternentrieb der Klasse A verstanden. Er ist, ebenso wie Dyson-Sphären oder Niven-Ringe, eine hypothetische Megastruktur von stellarem Ausmaß und mit Megastruktur meine ich mega. Ein Shkadov Thruster kann leicht eine Dimension von zwei astronomischen Einheiten einnehmen, der doppelten Distanz zwischen Erde und Sonne etwa 300 Millionen Kilometer. Wir wollen heute betrachten, wie so ein Shkadov Thruster funktioniert. In der Regel wird so ein Sternentriebwerk gerne mal auf YouTube vorgestellt, aber fast nie wirklich erläutert. Wahrscheinlich liegt es daran, dass hier auch Wikipedia kaum eine gründliche Erklärung bietet und das, das machen wir hoffentlich heute besser. Also, wie kann man sich so einen Shkadov Thruster vorstellen? Das Grundprinzip ist zumindest auf dem Papier vollkommen banal. Man hüllt einen Stern, so etwa in die Sonne, so in einen Spiegel ein, dass ein großer Teil der Sonne von diesem Spiegel abgedeckt ist und die Strahlung in diesem Teil reflektiert wird. Während Objekte sich normalerweise in einem Orbit um die Sonne befinden müssen, um nicht in sie hineinzufallen, ist das bei einem Shkadov Thruster anders. Dieser agiert als sogenannter Statit. Er befindet sich relativ zur Sonne an einer festen Position, allerdings hindert ihn der Strahlungsdruck der Sonne daran, sich dieser zu nähern. Die Masse des Thrusters muss also so beschaffen sein, dass die Gravitationsbeschleunigung durch die Sonne identisch ist zum Strahlungsdruck des Sterns. Während also die Sonne den Thruster quasi zu sich hinzieht, drückt sie ihn gleichzeitig weg. Das Ergebnis ist ein System, welches stabil an einer Position verharrt. Gleichzeitig gehen wir – für unsere späteren Berechnungen – von bestimmten Grundannahmen aus. Unser Shkadov Thruster deckt 180 Grad ab, fängt also genau die Hälfte des Sonnenlichts auf. Wir gehen auch von idealen Spiegeln aus, welche 100% des einfallenden Lichts reflektieren. Ein Shkadov Thruster ist prinzipiell auch mit kleineren Winkeln und mit nicht idealen Spiegeln denkbar, aber es vereinfacht die Berechnungen enorm. Also, wir haben die Hälfte der Sonne von einem Spiegel umhüllt, der das gesamte Licht reflektiert. Dieser Spiegel agiert als Statit, befindet sich also in einer festen Position relativ zur Sonne. Wenn wir nun von außen auf dieses System schauen, dann sehen wir, dass es nur in eine Richtung Strahlung und Sonnenwind abgibt. Das Licht der Sonne besitzt Impuls und Impuls ist eine Erhaltungsgröße. Das bedeutet, wenn das System aus Spiegel und Sonne nur in eine Richtung Licht abstrahlt, dann muss es sich selbst in die andere bewegen. Das ist einfach. Das kann man nun so hinnehmen oder es wirft Fragen auf und die wollen wir beantworten. Kurzer Tipp, wenn ihr mehr zum Impuls von Licht erfahren wollt, hier ist unser Video dazu. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Also, in der ursprünglich von Shkadovs selbst vorgestellten Variante reflektierte ein runder Spiegel einen Anteil des Sonnenlichts in diese zurück. Damit erzeugen wir bereits die Asymmetrie in der Strahlung der Sonne, welche diese dann in Richtung Spiegel bewegt – der Spiegel selbst bewegt sich mit, vom Strahlungsdruck der Sonne angetrieben. Dabei kommt es zu einer steten Erhöhung der Temperatur der Photosphäre – der Oberfläche der Sonne. Das resultiert aber selbst bei einem 180 Grad umspannenden Spiegel nicht etwa in einer Explosion der Sonne, wie im Kurzgesagt Video angedeutet wird. Es führt schlicht zu einer Temperaturerhöhung um mehr als 1000 Kelvin. Das resultiert in einer Änderung der Leuchtkraft. Die Sonne würde langsam von einem Stern der G-Klasse zu einem Stern der Klasse F7 werden. Die gesamten 3,8 x 10 hoch 26 Watt Strahlungsleistung der Sonne bleiben natürlich gleich, müssen die Sonne aber verlassen und dies passiert nun primär in der vom Spiegel abgewandten Seite. Der negative Effekt – wir würden so auch die Erde braten. Das Leben hier ist an einen Stern der Klasse G angepasst, nicht an einen der Klasse F7. Wenn wir die Sonne durch einen Stern wie Taubotis austauschen würden, der hat nämlich F7 und ist dreimal leuchtstärker als die Sonne, dann wäre das eine erhellende, aber kurze Erfahrung. Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen Parabolspiegel zu nutzen, der das Sonnenlicht nicht in die Sonne hinein, sondern an ihr vorbei reflektiert. Dieser wäre eindeutig komplexer zu bauen, hätte aber den Vorteil, dass die Sonne Sonne bleibt. Ihr fragt sicher, wie nun der Impuls des Lichts relevant sein soll, welches vom Spiegel reflektiert wird. Hat ja mit der Sonne nichts mehr zu tun, dieser Impuls sollte lediglich den Spiegel mit Schub versehen. Das ist auch vollkommen korrekt – im Ergebnis zieht der Spiegel die Sonne. Das ist verständlich, wenn wir uns das Gravitationsgesetz in Erinnerung rufen. Die Sonne zieht den Spiegel an, aber gleichzeitig der Spiegel die Sonne. Da aber die Sonne den Spiegel parallel quasi wegstößt, muss sie hinter ihm herfallen. Wir brauchen nicht mal besonders rechnen. Denn wir wissen ja, dass die Gravitationskraft genauso hoch sein muss, dass sie ziemlich genau dem Strahlungsdruck des Lichts entspricht. Der Spiegel ist ja ein Statit. Das gleiche Prinzip soll übrigens auch Asteroiden abwehren. Man spricht hier von einem Gravitationstraktor. Die Idee, ein Raumschiff fliegt neben einem Asteroiden her und zündet immer wieder seine Triebwerke, um der Gravitation des Asteroiden entgegenzuwirken. So wird der Asteroid durch die Gravitationskraft des Raumschiffs in dessen Richtung beschleunigt und ändert seinen Kurs. Egal für welche Methode wir uns entscheiden, mit einem optimal konstruierten, ausgerichteten und idealen Spiegel erreiche ich eine Kraft von… Moment, jetzt müssen wir rechnen. Falls ihr sagt, für Mathe habe ich doch nicht nichts bezahlt, dann springt einfach zum nächsten Kapitel. Ihr seid da geblieben? Grandios. Rechnen wir. Die Kraft F unseres Triebwerks entspricht im Optimum der Strahlungsleistung der Sonne L geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit C. Da die Strahlungsintensität der Sonne 3,828 mal 10 hoch 26 Watt ist und die Lichtgeschwindigkeit 300 Millionen Meter pro Sekunde, brauchen wir nur einsetzen und erhalten eine Kraft von 1,276 mal 10 hoch 18 Newton. Das ist eine Menge. Zum Vergleich, ein Amateur-Boxer schlägt mit etwa 2500 Newton zu. Aber gleichzeitig ist die Sonne etwas massereich. Wie finden wir die Beschleunigung heraus, die die Sonne durch diese Kraft erfährt? Wir erinnern uns. F gleich M mal A. Umgestellt also A gleich F durch M. Um die Beschleunigung zu erhalten, müssen wir die ermittelte Kraft durch die Masse der Sonne teilen. Unsere 1,276 mal 10 hoch 18 Newton geteilt durch die 1,988 mal 10 hoch 30 Kilogramm der Sonne ergeben eine recht armselige Beschleunigung von 6,4 mal 10 hoch minus 13 Meter pro Quadratsekunde. Eine durchschnittliche Schnecke wirkt im Vergleich wie ein Jet-Triebwerk. Sie erreicht eine Beschleunigung von etwa 0,001 Meter pro Quadratsekunde, womit die Schnecke Milliarden Male schneller beschleunigt als die Sonne mit einem Skadov-Thruster. Ok, wir haben nun verstanden, wie ein Skadov-Thruster funktioniert. Und bevor ihr fragt, die restlichen 0,14% Masse des Sonnensystems, die Planeten, Monde, Asteroiden etc. würden der Sonne bei dieser geringen Beschleunigung einfach folgen, ohne ihre Bahnen zu ändern. Die Geschwindigkeiten, die wir mit einem Skadov-Thruster erreichen, sind bescheiden. Zunächst mit unserer Beschleunigung von 6,4 mal 10 hoch minus 13 Meter pro Quadratsekunde erreichen wir nach 100 Jahren ein Delta-V von 2 Millimeter pro Sekunde. Immerhin, nach einer Million Jahren erreichen wir so eine Geschwindigkeit von 20 Meter pro Sekunde, das ist die Geschwindigkeit eines sprintenden Christophs. Für Usain Bolt müssten wir noch eine extra Million Jahre beschleunigen. Nach 5 Millionen Jahren schließlich erreichen wir 100 Meter pro Sekunde. Hätte das nun gereicht, um der Kollision mit dem Stern zu entgehen? Schauen wir mal, wie weit wir die Sonne versetzt hätten. Insgesamt hat die Sonne sich 7,9 Billiarden Kilometer relativ zu ihrer Ursprungsposition bewegt. Das entspricht knapp über 0,8 Lichtjahren, definitiv genug, um den nahenden Stern auszuweichen und hoffentlich genug, um nicht im Kometenhage der aufgewühlten Ortschen Wolke unterzugehen. Dabei muss ein Skadoff-Thruster nicht nur genutzt werden, um den eigenen Stern zu retten. Andere Einsatzmöglichkeiten könnten etwa in Kolonisierung bestehen. Es ist eine durchaus realistische Vorstellung, dass Skadoff-Thruster leichter zu konstruieren sind als interstellare Raumschiffe. Warum also nicht das Sonnensystem als nachhaltiges Generationenraumschiff nutzen und die Sonne selbst zu einem benachbarten Stern bringen? Auch dem drohenden Ende der Sonne als roter Riese hat man so etwas entgegenzusetzen. Geschickt kalkuliert könnte man etwa die Sonne so an einem Stern vorbeilenken, dass die Erde gravitativ eingefangen wird vom neuen Stern und die Sonne ihre Reise mitsamt Thruster fortsetzt. Für einige Zeit hätten wir dann Star Wars-Feeling auf der Erde. Aktuell können wir ein derartiges Stellaris-Triebwerk noch nicht errichten. Wie aber beim Video zu Dyson-Sphären gilt auch hier, wir sind nicht allzu weit entfernt. Alle nötigen Einzeltechnologien stehen uns zur Verfügung und wurden bereits getestet oder sind im Einsatz. Das Problem besteht schlicht im kolossalen Ausmaß der Megastruktur – allein ihre Masse ist trotz hauchdünner Spiegel gewaltig, vermutlich nahe der Masse der Erde. Um das nötige Material in unserem Sonnensystem zu beschaffen, müsste nicht nur Merkur, sondern vermutlich auch weitere Himmelskörper als Baumaterial verwendet werden. Spannend ist die Vorstellung aber allemal und natürlich darf die Wissenschaft alles denken. Für heute danke fürs Zuschauen, allen voran unseren Unterstützern auf Patreon und unseren Galaktischen Overlords, mittlerweile drei, Rico, Christian und Thomas. Wir freuen uns sehr über ein Abo und sind natürlich auf eure Kommentare gespannt. Bis zum nächsten Mal und in diesem Sinne 42! Bis zum nächsten Mal und 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 bis